Was kommt jetzt? Ihr seht da hinten schon was blinken Oder ich geh hier hinten Ich hoffe, dass kein Auto kommt Na, jetzt sollte er gleich kommen Ich hör ihn Jetzt kommt er Wow So Leute, jetzt könnt ihr noch schnell den Zug hier sehen Hier noch ein Auto Und ja, später kommt dann noch ein Zug von Zagreb Bis später, tschau tschau So So So